Absolut, absolut. Ja, aber es ist ein ganz probates Mittel. Wir haben damals immer, angefangen hat es ja immer mit dieser Nazikeule. In Diskussionen und so weiter, das war damals halt ein bisschen lästig, weil wir wussten, okay, dein Gegenüber hat keine Argumente mehr, inhaltlich nichts, wo man irgendwas aufgreifen kann, dann kommt die Nazikeule, weil er halt nicht weiter weiß. Und das hat sich ausgebaut. Und wir alle haben ja schon von früh auf gelernt, mit Nazis spricht man nicht. Ganz egal, was sie sagen, man spricht mit denen nicht. Weil sie halt ganz egal, was sie sagen, wenn es noch so base klingt, wie man so schön sagt, aber die Intention dahinter. Man hat so einen ganz anderen Plan hinter den Aussagen, um zu locken, um in die Irre zu führen, um seine eigenen Pläne durchzuziehen. So, und da wurden wir eingeimpft. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Aber dann, das halt jeden zu unterstellen, ist ein bisschen schwach, würde ich sagen, ne? Ja, was heißt schwach? Amadeur Antoni-Stiftnis. Ja, das ist ja das beste Beispiel, was du hast. Also die haben ja vor ein paar Jahren auch schon einen Artikel über die Nachdenkseiten rausgebracht, also vor Corona, vor allem. Habe ich gar nicht mitbekommen. Naja, das ist länger her, länger her. Also damals hat sich dafür noch keiner interessiert. Und da haben wir die auch schon in die Nähe von Antisemitismus und allem gerückt. Also völlig irre. Weil die Argumentation, die war, wer den Neoliberalismus kritisiert, wer meint eigentlich, wenn er beispielsweise Finanzmärkte kritisiert, dann meint er eigentlich die Juden und deswegen ist Kritik am Neoliberalismus antisemitisch. Aber ich habe jetzt voll die Dara-Vibes, was ist da los? Ja, das ist Antideutschtum. Das ist auch so eine Ideologie, die Dara hat. Deswegen nenne ich da immer die Amadeur Antoni-Stiftung. Die ist ja jetzt glücklicherweise in einem größeren Publikum bekannt geworden, weil sie sich in diesen Shuyoka-Straut eingemischt hat. Ja, das ist unnormal. Also ich verstehe die Leute auch nicht mehr. Vor allem, ich denke mir, je mehr Zeit vergeht, je länger wir das Internet haben, je mehr Informationen, Zungen zu Informationen wir haben und zu Quellen und alles, was wir wirklich haben. Wir brauchen doch sowas nicht mehr. Aber ich glaube, das habe ich schon so oft gesagt, je mehr wir die Optionen an Infos haben, desto weniger sind wir bereit, uns diese zu holen. Desto fauler werden wir irgendwie. Diese Fastfood-Gesellschaft. Ich will nicht den richtigen langen Weg gehen, Sachen aufarbeiten. Ich will einfach, wenn mir was nicht passt, irgendwie irgendwas wegframe. Irgendwo eine Ecke stellen, wo ich halt mich nicht mehr damit beschäftigen muss. Wir haben das diskutieren verlernt, ne? Ja, definitiv, definitiv. Die Frage ist, wie ist es, also wie beendet man das wieder? Also wie ist es dazu gekommen? Da muss man die Entwicklung der letzten Jahrzehnte nachzeichnen, aber wie beenden wir das wieder? Und du hattest eben gesagt, mit Nazis spricht man nicht. Und dann zweitens, dass dieser Nazi-Frame eben auf alle möglichen Leute gelegt wird, die damit wirklich, weiß Gott, nichts zu tun haben. Und da ist die Frage, ist schon diese erste Prämisse, mit Nazis spricht man nicht. Ist die denn überhaupt richtig? Denn auch Nazis haben ja für ihre Ideologie Argumente und auch die kann man ja argumentativ widerlegen. Also wenigsten Nazis werden bereit sein, mit dir zu sprechen. Die meisten werden dich verprügeln wollen, aber die, die jetzt bereit sind, mit einem zu sprechen, sind so wenige echte Nazis. Vor allem auf Twitch würde ein echter Nazi sofort gesperrt werden. Ja, natürlich. Auch der hätte Argumente, die du widerlegen könntest, ziemlich einfach widerlegen könntest bei einem Nazi. Ich meine, das ist ja wirklich eine irre Ideologie. Und da ist schon diese Prämisse, mit denen spricht man überhaupt nicht, die halte ich grundsätzlich für falsch. Also jede Ideologie, sei sie noch so bescheuert, hat ja Argumente, aus denen sie sich herleitet und die kann man doch im Diskurs widerlegen. Also so ist zumindest meine Ansicht. Also ich glaube, dieses mit Nazis spricht man nicht. Damit sind auch tatsächlich die komplett verstrahlten Leute gemeint, die einfach nicht mehr rausbringen als irgendwelche hasserfüllten Parolen. Die jetzt halt wirklich nicht inhaltlich auf irgendwas eingehen. Also diese kompletten Knallchargen, mit denen sprichst du nicht. Das ist ja auch das typische Bild eines Nazis. Glatze, hohle Birne, Springerstiefel und dann weiß ich nicht. Ja klar, mit solchen Leuten willst du ganz egal, welche Ideologie sie folgen. Mit diesen lauten Knallchargen willst du auch nicht sprechen. Ja, aber generell halte ich es auch für einen sehr falschen Ansatz, wenn du sagst, ich spreche mit einer gewissen Personengruppe nicht. Ganz egal, ob sie einen anderen Glauben haben, eine andere religiöse politische Ausrichtung oder gesellschaftlich, dass sie halt anders denken. Nein, du musst mit den Leuten sprechen. Der Austausch muss stattfinden. Allein schon, weil du vielleicht nicht die Person an sich irgendwie ändern kannst oder überzeugen kannst. Aber halt Leute, die um dich herum sind und das mitbekommen und vielleicht noch so ein bisschen unsicher sind. Wie sieht es denn aus? Wer von den beiden hat ein Recht? Dass du dann halt mit guten Argumenten reingehst und dann überzeugen kannst. Und dann auch Leute um dich herum. Dass du denen auch den gewissen Wert von Demokratie und von Meinungsfreiheit auch näher bringst und das auch auslebst. Du kannst nicht auf eine Art, jedes Jahr im Mai irgendwann wird dann halt wieder das Grundgesetz gefeiert und hey, super, Grundgesetz, super. Ja, aber trotzdem willst du bestimmte Leute ausschließen vom Diskurs, wegsperren. Und die Plattform, das hat alles nichts mit Demokratie zu tun. Also das ist so ein Doppelstandard, so eine scheinheilige Schaumschlägerei, das ist ermüdend. Das ist unnormal. Tut mir leid. Ja, und da hat die Justizsenatorin von Berlin vor kurzem etwas sehr Interessantes gefordert. Sie will nämlich Desinformationen unter Strafe stellen. Ach hey, wer entschädigt, was Desinformationen sind und welche Strafen werden das denn? Ich nehme an, das wird dann so ein Gesetz wie in Russland. Also gibt es ja in Russland so ein Gesetz gegen Desinformation. Und jeder Oppositionelle, der da beispielsweise russisch im Angriffskrieg sagt, der verbreitet halt eine Desinformation. Das ist die Demokratie, in der wir leben wollen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Wann dürfen wir dann Leute wegsperren? Also komplett wegsperren, erstmal Ausgangssperren verteilen? Das wird auch lustig, wenn wir später komplett nur über digitale Zahlungen haben und so weiter. Wenn das komplette Bargeld an sich so raus ist. Ja, deswegen muss das erhalten bleiben. Deswegen muss es erhalten bleiben. Aber nur mal für Spaß, stellt euch, stell mal vor, allein jetzt schon in dieser Zeit, es gibt jetzt einfach kein Bargeld mehr. Es ist alles nur über elektronischen Wege. Boah, um Gottes Willen ist das gruselig, die Vorstellung, was die da machen könnten. Ah, guck mal, der hat eine andere Meinung, den sperren wir erstmal das Geld komplett. Na, das machen wir jetzt einfach nicht. Die Konten werden ja schon gesperrt, also die jüdische Stimme, also jetzt sind wir bei diesem Zensurthema ein bisschen umfassender als nur auf Twitch, aber die jüdische Stimme für den gerechten Frieden in Nahost, der wurde vor kurzem das Konto gekündigt. Apollut wurde vor kurzem das Konto gekündigt bei der Volksbank Pirna, der gleichen Bank, wo das BSW sein Konto hat. Also das ist eine sehr ungute Entwicklung. Das hab ich gar nicht mitbekommen, krass. Ja, ich bin da auch so in dem Thema so gar nicht drin, aber das ist schwierig, ne? Das ist echt unheimlich. Ja, aber, ja, ich hoffe, ich weiß es nicht. Wie kann man, du hast gerade gefragt, wie kann man dem entgegentreten mit mehr Mut zum Diskurs, würde ich sagen. Mehr Mut zum Diskurs, den ich ja selber aktuell gar nicht mehr habe. Das haben wir, wie du gesagt hast, hier mit diesem Beitrag zu Neidern und so weiter. Ich hab den tatsächlich nicht mehr. Nur bei mir, ich hab andere Beweggründe. Das ist jetzt nicht, dass ich persönlich eingeschüchtert bin und so weiter. Mir geht es darum, Twitch möchte ich schon gerne weiterführen. Ja, und ich hab ja noch eine Familie im Rücken. Wäre ich jetzt so ein Alleingänger, würde ich sagen, äh, was, äh, ich geh jetzt hier aufs Kriegsfeld und so weiter. Nee, ich hab ja noch mehr Verantwortung. Ne? Ihr seht mich jeden Tag hier. Aber was da im Hintergrund noch alles ist, ne, für wen ich alles in Verantwortung trage und wie ich dann auch selber meinen eigenen Stolz mal vielleicht ab und zu mal runterschlucken muss und Dinge erdullen muss, das steht auf einem ganz anderen Blatt, ne. Deswegen, äh, per se bin ich wirklich so, dass wir sagen, wir müssen mehr miteinander reden. Ja, und, äh, wie wir uns vor dieser Zensur schützen, da hat's, äh, also, da haben wir die Möglichkeit eigentlich schon genannt, auf andere Plattformen setzen. Also, du bist ja noch auf Click. Ja, leider, leider. YouTube-Kanal hab ich auf Odesee, ähm, synchronisiert. Das kann man auch sehr einfach machen. Also, es gibt noch andere Plattformen neben YouTube und Twitch, damit du davon ein bisschen unabhängiger bist. Ja, optimalerweise hast du eine eigene Website mit deinem Server, wo du halt deine Sachen hochlädst, ne. Das wäre natürlich das Optimale, aber es kostet natürlich auch wieder. Ja, ich, äh, es ist so schwierig. Ich meine, ich erinnere nur an die Zeiten von Corona, wo sehr viele Accounts auch auf YouTube gelöscht wurden oder die ganzen Facebook-Accounts, die gelöscht wurden. Und dann mussten sie halt irgendwo auf Alternativmedien zurückgreifen und sind dann halt auf Telegram gelandet. Und dann hat man gesehen, was mit ja mit Telegram gemacht wurde. Das war der reinste, die reinste Schwurbler-Plattform. Und wann immer du gehörst hast, ja, das hab ich von Telegram, okay, weißt du Bescheid, ne, das hat keinen Wert. Also, da ging die Zensur trotzdem weiter. Also, es ist schwierig. Also, ich glaub, wenn die wirklich, wenn sie wirklich ins Rollen kommt, dann haben wir alle ein großes Problem. Ein riesengroßes Problem. Ich weiß nicht, wo das hinführen sollte. Gerade wie hier in Deutschland, ne. Die wir so stolz sind auf Demokratie und auf Meinungsfreiheit. Ja, eigentlich bräuchte es kein Gesetz gegen Desinformation, sondern ein Gesetz, was Plattformen verbietet, einfach Accounts zu sperren. Da gab's ja jetzt schon einige gute Urteile, wie Skurros oder Mimi, aber in anderen Fällen, da sind... Mimi auch? Ja, der wurde doch entsperrt. Das ist jetzt schon etwas her, aber... Oh, Mimi wusste das gar nicht. Skurros war mir bekannt. Also, das waren Urteile, die in die richtige Richtung gingen. Dann gibt's, äh... Ja, aber viele kleine Creator, die können sich so einen Gerichtsprozess nicht leisten, beziehungsweise... Absolut nicht. Also, vor kurzem wurde beispielsweise Account von Anti-Spiegel-TV gesperrt und die sind da jetzt, glaube ich, nicht gegen vorgegangen. Die machen jetzt einfach auf Twitter weiter und auf Telegram. Traurig. Sehr, sehr, sehr traurig. Vor allem diese Leute, die halt wirklich sich den einfachen Weg nehmen und sagen, ne, pass mal auf, ich will ja jetzt nicht irgendwas aufarbeiten oder was, ne, mit dir diskutieren. Ich werde jetzt einfach die versuchen, so die Plattformen. Die fühlen sich dann am Ende noch im Recht. Die sagen, guck mal, es klappt doch. Na, also, kann ich wirken, wie ich will? Wenn's mir zu bunt wird, die Plattform ich einfach. Und ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne, ich hab auch, ehrlich gesagt, mich gewundert, dass du tatsächlich das noch überlebt hast mit Shlomo und so. Dass sie dich da nicht komplett zerrissen haben. Das hat mich wirklich gewundert. Das ist irre. Ja, das haben die meisten Walkies irgendwie ignoriert. Keine Ahnung, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, es bringt nichts, uns zu kritisieren, weil sie gemerkt haben, es gibt bei uns nichts zu holen. Ich meine, es gab ja mal so eine kurze Phase, da sind Dekal, Dent, Neitern und Co. wirklich auf jeden kleinen Streamer losgegangen, der irgendwas Abweichendes gemacht hat. Also, man denke, als Lucy beispielsweise mal gesagt hat, es gibt nur zwei Geschlechter. Also, eigentlich Schulbuchwissen, aber laut Meinung von dieser Walken-Twitch-Bubble eine ganz böse Sünde. Auf jeden Fall, da sind sie ja richtig auf sie losgegangen. Dann haben sich alle mit ihr solidarisiert. Und ich glaube, diese Tatsache, dass man sich mit Leuten solidarisiert, denen so ein Unrecht passiert, das schreckt solche Mobber, sage ich jetzt mal. Also, ist jetzt eine falsche Kategorie, wenn wir von so einem politischen Wettstreit hier auf Twitch reden. Also, aber ist, glaube ich, noch die beste Beschreibung. Also, ja, wie gesagt. Sie haben ja gehört, was da gesagt wurde. Von Seth van Doom und von Dekal Dent selbst auch. Und, naja, wenn das nicht Mobbing ist. Ich meine, gleichzeitig auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, greifen sie halt Lucy an und so richtig unter die Gürtlinie. Und auf der linken Seite halten sie dann die arme Shurioka halt hoch und sagen, oh nein, die Arme, die muss geschützt werden. Was denn jetzt? Ist Cybermobbing wirklich selektiv? Dürfen die einen gemobbt werden und die anderen nicht? Oder wo findet das überhaupt statt? Das ist irre. Lara hat doch gesagt, wir mobben die Mobber. Und wenn wir mobben, der ist Mobber. Das heißt, der darf gemobbt werden. Hat Nathan auch in diesem Vortrag, den ich dir geschickt hatte, nochmal einzeln begründet. Ach echt? Oh, schade. Schade. Ich müsste mal wirklich Nathan anschreiben und fragen, ey, yo, wäre das okay? Wäre das fein für dich? Na? Also, einfach so, keine Ahnung. Ich müsste mal generell mal so wirklich die Leute anschreiben. Weil ich finde, das ist ein Unding. Das ist einfach ein Unding. Ja, wie gesagt, definitiv. Das ist ja auch ein Missbrauch, die DMCA-Funktion. Absolut. Das ist ja Copyright. Das ist ja nicht, ihr dürft jetzt hier Leute wegcanceln, sondern ihr dürft wirklich nur, wenn eure Bildrechte verletzt sind. Also, wenn irgendwer so ein Video ohne Kommentierung hochladen würde, dann dürfte man das machen. Und ich würde das dann nicht mal machen, denn wenn irgendwer mein Video ohne Kommentierung hochlädt, dann bereitet er meine Botschaften weiter, bin ich ja nicht böse drum. Ja, davon ab, davon mal ab. Das ist eigentlich das Beste, was hier passieren kann, kostenlose Werbung. Ja, aber ich verstehe halt, wenn man in der Kritik rät. Ich denke mal, das mit Schlomo, die fragen hier gerade im Chat, ich denke mal, das mit Schlomo und mit, du warst mit Zeller im Gespräch gegen Schlomo und Kasper? Ja. Ich denke mal, da war es zu inhaltlich, dass die Bogen da jetzt nicht so groß waren. Ich denke mal, das war zu viel Inhalt. Das muss man aber auch wirklich sagen, auf Twitch ist es so, man will sich empören, aber man will auch seichten Inhalt, über das man sich empören kann. Wenn es dann halt wirklich so tiefgründig geht und über Politik und Innenpolitik, Außenpolitik, Asylpolitik und was auch immer, was da alles auch Thema war bei euch, das ist so, da muss ich jetzt nachdenken und ich will mich jetzt empören, aber nicht, dass ich mich über das Falsche empöre, nicht, dass ich am Ende meinen Feinden recht gebe. Ich denke mal, die Leute wollen das nicht. Das ist halt auch wieder zu viel Arbeit. Das merkt man aber auch wirklich. Ja, das ist auch ziemlich lustig. Also als Nathan es versucht hat, ist er ja krachend gescheitert. Ich hatte beispielsweise gesagt, man muss aufpassen, dass in der Umgebung der EU-Konflikte wie Nahostkonflikt, wie Syrien, nicht noch weiter eskalieren, beziehungsweise in Syrien, da sollte man die Sanktionen endlich aufheben, damit das Land endlich wieder aufgebaut werden kann und vielleicht kehren dann einige Flüchtlinge, die daher geflohen sind, wieder zurück. Wissen wir ja nicht. Und Nathan macht das raus. Ich hätte gesagt, die EU soll Militär dahin schicken und die Grenze absichern, dass auch keiner mehr, also wirklich, also wirklich komplett als Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, wir sollten aufhören, Wirtschaftskrieg zu führen und er macht daraus das glatte Gegenteil. Es ist immer so, die konstruieren irgendwelche verrückten Aussagen, die nie so gesagt wurden, um darauf dann aufzubauen, um sich zu empören. Und die Leute im Chat sind dann halt, oder die vom Monitor und so weiter, die nehmen das einfach auf und sagen, ja, 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 das finde ich aber auch doof. Was findest du doof? Ja, das, was der, Alter, da jetzt gerade, hast du doch gehört, was der gesagt hat, oder hast du doch doof? Ja, das ist tatsächlich so. Bei Monitor habe ich ein gutes Beispiel, also jetzt mal nichts von Krieg und Frieden, da gibt es seit Beginn des Ukraine-Krieges viele schlimme Beispiele von Monitor, sondern es ist etwas Belangloseres und Lustigeres. Also letztes Jahr war ja der Stolzmonat, also nicht Arbeiter-Stolzmonat, sondern der Schreibmann, und da haben die Rechten dann gesagt, so, wir machen jetzt unseren Stolzmonat, wir machen uns eine Deutschland-Stolzflagge, also wir machen das auch so, also so rechter Kulturkampf, lustiger rechter Kulturkampf hat eigentlich keinen groß gestört und Monitor macht daraus die große rechtsradikale Verschwörung, die hier dazu gemacht ist, um Queere und sonst was Menschen aus der Gesellschaft rauszudrängen, weil Leute auf Twitter Memes posten. Oh, ja, Memes sind auch böse, Memes sind richtig böse. Boah, ich meine, ich halte vom Stolzmonat, habe ich auch letztes Jahr nicht viel gehalten, auch heute nicht, und selbst der Arbeiter-Stolzmonat, den ich im Kern sehr gut finde, eine sehr schöne Aussage hat, ja, und auch wirklich halt alle inkludiert, auch LGBTQIA+, und so weiter, weil wir sind ja alle irgendwo Arbeiter, ja, bin ich trotzdem so, dass ich da jetzt nicht aktiv daran teilnehme, weil ich mag so diese Bewegungen nicht, es ist ein bisschen merkwürdig, aber ich finde das gut, aber ich bin da tatsächlich nicht dabei. Aber der Stolzmonat war halt auch ein bisschen arg peinlich, es war ein Stück weit lustig, als direkte Trollantwort, ich habe es mir als Trollaktion gesehen, weniger als denn mehr so eine rechtsextreme Aktion, wobei hundertprozentig auch sehr viele Rechte drunter waren. Ich meine, Höcke, Höcke war das, ne? Ja, Höcke selbst hat habe ich gesagt, okay, da bin ich jetzt komplett raus, da darf ich gar nichts mit am Hut haben. Ja, aber du solltest, wenn Rechtsradikale was Rechtsradikales machen, dann kannst du dafür kritisieren, wenn Rechtsradikale so eine Deutschlandflagge in ein paar andere so ein bisschen feiner die Farben unterteilen und das dann unter irgendwelche Pride-Month-Posts posten. Ja, also man kann Rechtsradikale nicht dafür verurteilen, dass sie das machen, nämlich Memes-Posts alle anderen auch machen. Alter, das stimmt, aber wie gesagt, weil ich sowieso keine Sympathien gegen Höcke habe oder für Höcke habe, hat das schon so, okay, dann bin ich da jetzt erst recht raus. Das hat ja mit dem Stolzmutter an sich nichts zu tun, aber weil ich hier generell immer so dagegen bin, ne? Wobei Höcke noch einer der weniger schlimmen in der AfD ist, finde ich. Also da gibt es wirklich radikale Neoliberale, da gibt es Libertäre, also Joanna Kotar, die hat jüngst so wirklich komplette wirre Reden gehalten, warum unser Geldsystem komplett falsch sei und wir einen Bitcoin-Standard bräuchten, also so komplett vom Staat unabhängiges Geld, was dann auch nicht von der Zentralbank gesteuert werden kann, sondern was, ja, also du hast eine Währung, die sich nicht mehr unter demokratischer Kontrolle befindet, sondern die sich unter Kontrolle von wenigen Minern befindet, die diese Währung hergestellt haben. Ich meine, bei Bitcoin, da ist die Vermögensverteilung ja nochmal viel ungleicher als bei Fiat-Währungen, das kann man ja empirisch sehr gut zeigen. Und solche Leute hast du dann auch in der AfD. Ja, sicher. Ich meine, es ist nicht umsonst, dass halt in Teilen halt der Verfassungsschutz sagt, ja, das ist jetzt halt nicht ganz so toll, ne? Beziehungsweise Joanna Kotar, die ist ausgetreten, also ja, da hat sich die AfD auch einen Gefallen getan, dass da manche Leute wie Meuthen, wie Kotar, wie Hans-Olaf Henkel, also wirklich schlimme Leute, dass die da jetzt nicht mehr Mitglied sind. Ja, gut, okay, mit Sicherheit gibt es ja noch mehr oder noch schlimmere als Höcke, aber er ist halt so das Flaggschiff, ne? Ich denke mal, wenn du von AfD sprichst, hat jeder sofort erstmal Weidel und Höcke im Vorbild. Und diesen Beatrix von Storch und den Gauland und diese prominenten Köppe. Ja, Kriegs von Storch ist auch ganz schlimm. Die kommt auch von einer Hayek-Gesellschaft. Ja, die ist fernab irgendwie, sie ist ganz merkwürdig. Auch wenn sie redet, ich meine, das ist jetzt halt so eine persönliche Sache, ne? Aber wenn sie redet, gruselt es mich immer irgendwie so ein bisschen. Sie ist eine ganz, ganz unheimliche Ausstrahlung. Ja, so eine ganz merkwürdige Aura, weiß ich nicht. Kann ich nicht. Das wird mir da kein nichts gegen machen. Stimmt, ich hatte ja gestern einen Talk mit Erwin und da haben wir uns zum Schluss eine Frage gestellt. Da war ich eher entspannter und Erwin meinte, war da eher kritisch. Meinst du, mit der AfD würde es, was Zensur angeht, wir hatten ja jetzt schon viele Beispiele genannt, die aktuell laufen und es wird, die Schlagzahl erhöht sich, es wird, wie es aussieht, immer schlimmer. Meinst du, mit der AfD würde es noch schlimmer werden oder würde es ungefähr gleich bleiben, was das Niveau an Zensur angeht, was wir gerade erleben? Ich glaube, die wird auch ansteigen. Also AfD ist sehr totalitär und sehr neoliberal und ich glaube, mit der AfD will wir uns echt keinen Gefallen tun. Und was mich, vor allem bei der AfD, wenn ich dann immer wieder sehe, auch vor allem, welche Personengruppen in der Gesellschaft die AfD wählen, da sind so viele, die arbeitslos sind, die sagen, ey, yo, AfD bringt uns durch die Zukunft. Und ich denke mir, habt ihr irgendwas mitbekommen? Ihr wisst, wie die AfD gegenüber Arbeitslosen eingestellt ist und so weiter. Gegenüber Mindestlohn musst du ja nicht mal arbeitslos reichen. Wenn du in Teilzeit arbeitest, also dann kriegst du böse Überraschung, wenn der Mindestlohn dann plötzlich um zwei Euro gesenkt wird, wenn die AfD an die Macht kommt. Ja, sicher. Also ich glaube auch, dass, ich glaube auch damals wäre AfD irgendwie in einer Machtposition damals zu Corona-Zeiten. Also die, die gerade eben früher immer gesagt haben, ey, wir dürfen nicht so viel zensieren, wir dürfen nicht so viel verbieten und so weiter. Ich glaube, die wären ganz vorne mit dabei gewesen. Da bin ich überzeugt von. Ja.